Aus Angst vor möglichen Luftangriffen landen ukrainische Getreidefrachter seit Wochen am rumänischen Donauufer. Ein Grund für Lieferverzögerungen Aus Angst vor russischen Luftangriffen bringen die ukrainischen Getreidetransporteure seit Wochen immer wieder nachts ihre Schiffe vorübergehend am rumänischen Ufer des Donauarms Chilia unter. Diese Schutzmöglichkeit hätten Diplomaten der EU und der USA im August mit rumänischen und ukrainischen Behörden ausgehandelt, sagte der Direktor des rumänischen Schwarzmeerhafens Konstanter, Florian Wisan, der deutschen Presseagentur. Er sei bei diesen Gesprächen dabei gewesen. Der Donauarm bildet die Grenze zur Ukraine. Das Umladen von Getreide auf ukrainischer Seite von einem Schiff auf das andere müsse oft wegen drohender Angriffe unterbrochen werden. Die Ukrainer bringen ihre Schiffe dann sicherheitshalber vorübergehend auf die rumänische Seite, sagte Wisan. Deswegen dauerten die Getreideexporte derzeit so lange. Ein großer Teil der ukrainischen Getreideexporte läuft über den rumänischen Hafen Konstanter, weil die ukrainischen Schwarzmeerhäfen wegen der russischen Angriffe nicht zur Verfügung stehen. Russland hatte in diesem Sommer das 2022 von der UN initiierte Abkommen zum Transport von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer aufgekündigt. Seit Wochen greift Russland verstärkt die ukrainischen Donauhäfen an der Grenze zu Rumänien an, um die Getreidetransporte zu verhindern. Erst in der Nacht zum Dienstag gab es nach Angaben des Militärgouverneurs von Odessa Einschläge in die Hafeninfrastruktur im Landkreis Ismail unweit der rumänischen Grenze.